Hallo liebe Freunde, ich begrüße euch mal wieder zu einem neuen Video. Ich bin hier in Wiesladen auf dem Wilhelmstraßenfest. Ja, und die haben hier ein Programm, das ist äußerst speziell. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich halt keine andere Leute hier draufkriege. So, und da habe ich einen Programmpunkt gefunden. Wir sehen hier halt, wie gesagt, so eine Tanzschule zum Beispiel, noch ein Tanzstudio, Dance Academy, okay, da kann man wahrscheinlich tanzen. Aber was bitte ist dieser Veranstaltungspunkt, den ich euch jetzt zeige? Für Garderobe keine Haftung. Was wird das für eine Veranstaltung sein? Für Garderobe keine Haftung. Ich zeige es euch nochmal. Wahrscheinlich kann man da seine Klamotten abgeben, kann dann hier nackig auf dem Straßenfest rumlaufen. Ich weiß es nicht. Und wenn man wieder hinkommt und will seine Garderobe abholen, ja, keine Haftung, ist dann weg. Also in diesem Sinne haben wir wieder was gelernt. Ich wünsche euch noch viel Spaß, einen schönen Abend und bis zu einem meiner nächsten Videos. Macht's gut, ciao, euer Sven.